Musik 30 Jahre lang hieß das Zentrum des oberschlesischen Reviers Hindenburg. Seit 1945 heißt es so, wie vor der Schlacht von Tannenberg, Sabje. Musik Sabje zählt heute rund 200.000 Einwohner. Es lebt von der Kohle, aber von Kohlenkrise ist hier nichts zu spüren. In acht Schachtanlagen der Stadt arbeiten über 40.000 Kumpel. Mit 47 Großbetrieben ist Sabje, einst Hindenburg, das industrielle Zentrum Oberschlesiens und für die Industrialisierung des Agrarlandes Polen unersetzlich. Hat Staatschef de Gaulle daran gedacht, als er Sabje zur polnischsten aller polnischen Städte erklärte? Oder hat der Historiker de Gaulle sich erinnert, dass Preußen Oberschlesien erst 1740 eroberte und nie ein Staat ausschließlich deutscher Nation gewesen ist? Im Kulturhaus fiel der entscheidende Satz. Zu deutsch, es lebe Sabje, die schlesischste aller schlesischen Städte und darum die polnischste aller polnischen. Seine polnischen Gastgeber waren begeistert, seine westdeutschen Partner konsterniert. Die empörte öffentliche Meinung der Bundesrepublik sprach von Geschichtsklitterung und forderte eine offizielle Demarche in Paris. Der Besuch in Sabje drohte zu einer weiteren Belastung der deutsch-französischen Freundschaft zu werden. Geschichtsklitterung Das ist ein harter Vorwurf. Was sagen die historischen Tatsachen? Die preußische, später-deutsche Grenze im Osten war nie identisch mit einer Volkstumsgrenze. Deutsche und Polen siedelten nebeneinander. Vor rund 650 Jahren wird das spätere Hindenburg erstmals erwähnt als Sabje, was von dem polnischen Sabziegiem kommt und so viel heißt wie hinter dem Fluss. Ein gewiss unverdächtiges deutsches Nachschlagewerk, Neumanns Orts- und Verkehrslexikon des Deutschen Reiches aus dem Jahre 1905 weist über Sabje aus. Von 115.609 Einwohnern waren um die Jahrhundertwende 79.416 Personen polnischer Muttersprache. Das heißt mehr als zwei Drittel, genauer 68,7 Prozent der Bevölkerung des Kreises Sabje waren Polen. Das enge Zusammenleben von Deutschen und Polen schuf den speziellen Typ des Oberschlesiers, einen meist zweisprachigen Grenzlandschlag, vergleichbar vielleicht den Lothringern oder Luxemburgern. Dieser Mann hier steht für das Schicksal vieler Oberschlesier, die erst dem Deutschen Reiche dienten, aber später als polnische Insurgenten die deutsche Sache bekämpften. Ich bin der hier bekannte Vincent Gawlik, bin 71 Jahre alt, gebürt der Oberschlesier. Meine Heimat war hier ein Vorort Sabje. Als der Erste Weltkrieg ausbrach, da war ich 19 Jahre alt. Als hochwächsiger Bursche wurde ich zu Garde ausgehoben und diente in Berlin in einem Garde-Regiment zu Fuß. Im Ersten Weltkrieg preußischer Gardesoldat, im Zweiten Weltkrieg polnischer Offizier. Zwischen den Kriegen Grenzlandkämpfe. Die Agitation für ein polnisches Oberschlesien hatte schon im Kriege begonnen, vor allem unter der polnischen Arbeiterschaft. Nach dem Waffenstillstand wollten die Siegermächte Oberschlesien an Polen abtreten. Laute Proteste der Deutschen erzwangen die Zusage, dass die Oberschlesier selbst entscheiden sollten, ob sie bei Deutschland bleiben oder für Polen optieren wollten. Die Polen versuchten daraufhin durch einen Putsch, den sogenannten Ersten Aufstand, im August 1919 das von ihnen gewünschte Ergebnis vorwegzunehmen. Der Aufstand wurde von deutschen Truppen niedergeschlagen. Auch der zweite polnische Aufstand unter der Führung des früheren Reichstagsabgeordneten Korfanti scheiterte ebenfalls nach schweren Kämpfen. Die von den Alliierten angeordnete Abstimmung sah vor, dass alle in Oberschlesien geborenen Personen über 21 Jahre stimmberechtigt waren, auch dann, wenn sie längst anderswo im Reiche lebten. So fuhren deutschgesinnte Hindenburger und Oberschlesier zu Tausenden in die alte Heimat, um für den Verbleib Oberschlesiens bei Deutschland zu stimmen. Am 20. März 1921 wurde abgestimmt Das Wahlresultat von Hindenburg Von 88.605 Wahlberechtigten wählten 45.222 deutsch, 43.282 polnisch. Das heißt, 51 Prozent stimmten für Deutschland, 49 Prozent für Polen. Noch ehe entschieden war, welche Konsequenzen das Abstimmungsergebnis haben sollte, traten die enttäuschten Polen zum dritten Aufstand an. Am 3. Mai 1921 wurde Hindenburg von Insurgenten besetzt. Nach einigen Anfangserfolgen wurden die polnischen Aufständischen schließlich von deutschen Freikorps und deutschen Selbstschutz- wie Grenzschutzverbänden in schweren Kämpfen am Annaberg zurückgeworfen. Nur das Dazwischentreten französischer Einheiten verhinderte die Fortsetzung des Kampfes und die totale polnische Niederlage. Denn die Franzosen stellten das stärkste Kontingent einer interalliierten Streitmacht, die unter Anleitung einer internationalen Kommission den reibungslosen und friedlichen Ablauf der Volksabstimmung garantieren sollte. Die Italiener und Engländer, die ebenfalls Truppen stellten, sympathisierten mit den Deutschen. Frankreichs General Laurent da aber, dem der größte Teil der Besatzungstruppen unterstand, protegierte offenkundig die Polen. Als aufgebrachte Deutsche deshalb einen französischen Offizier ermordeten, fühlten sich die Franzosen in ihrer Haltung mehr denn je bestätigt. Am 15. Juni 1922 wurde nach einer Empfehlung des Völkerbunds Oberschlesien entsprechend den Abstimmungsergebnissen geteilt. Ost-Oberschlesien fiel an Polen. Hindenburg, einst im Zentrum Oberschlesiens gelegen, wurde Grenzstadt. Die Zerreißung des einheitlichen Wirtschaftsgebietes beendete die Prosperität des einst blühenden Reviers. Wirtschaftliche Not und die betonte Frontstellung gegen die Polen brachten den Nationalsozialisten auch in Hindenburg den Sieg. Und dieser Sieg führte in die Niederlage. So wurde Hindenburg am 26. Januar 1945 wieder zu Sapsche. Der ehemalige preußische Gardesoldat und spätere Insurgent Gawlik kam als polnischer Offizier in seine Heimatstadt zurück. Den deutschen Hindenburgern blieb nichts als die Erinnerung. Essen, das Zentrum des Ruhrgebiets, übernahm die Patenschaft für Hindenburg. Wertvollste Erinnerungsstücke im Essener Stadtarchiv sind Bilder aus der verlorenen Heimat, ein paar alte Stiche und eine Schützenkette mit dem preußischen Adler. Einige Fotos, von den Hindenburgern liebevoll in ein Album geklebt, wurden der Patenstadt Essen geschenkt. Früher war er, wenn die Sonne fliegt, schau mich an, ich zahle wieder, wo von Allmacht für mein Mädchen steht. Stehen die alten Häuser noch? Harlina, eine in Sapsche geborene Polin, führte uns durch die Stadt. Untertitelung im Auftrag des ZDF, Der ehemalige Stadtverordnete des Zentrums in Hindenburg und heutige CDU-Stadtverordnete in Bochum, Neumann-Wedekind, hält auch nach 23 Jahren Hindenburg die Treue. Es ist das durchaus natürliche Recht eines jeden Menschen, dass er sich mit dem Ort und mit der Gegend verbunden fühlt, in der er geboren und aufgewachsen ist, in der er seine Existenz gegründet und seine Familie geschaffen hat. Dies gilt ganz besonders für unsere oberschließische Heimat im Hinblick auf die Volksabstimmung vom 20. März 1921. Wir Hindenburger fühlen uns nach wie vor mit unserer alten Heimatstadt auf das Herzlichste verbunden. Dort sind unsere Häuser, unsere Wohnungen, unsere Arbeitsstätten, dort sind unsere Vorfahren und Ahnen seit vielen Jahrhunderten begraben. Wir wissen natürlich, dass sich in den letzten 23 Jahren erhebliche Veränderungen ergeben haben. Darüber haben uns insbesondere die Spätheimkehrer unterrichtet. Wenn unsere ostdeutschen Gebiete zu Deutschland zurückkommen, sind wir durchaus bereit, mit Polen zusammenzuarbeiten. Wir wissen, dass das ganze östliche Gebiet von Polen in Russland verloren gegangen ist, ohne dass die Polen sich hiergegen wehren konnten. Wir wissen dabei insbesondere, wie schmerzlich und tief die Polen der Verlust ihrer alten Stadt Lemberg trifft. Wir sind der Meinung, dass ein Zusammenleben und ein Zusammenarbeiten auch unter deutscher Verwaltung mit den Polen durchaus gegeben ist, so wie es auch schon früher der Fall war. Der Deutsche aus Hindenburg denkt an eine friedliche Rückkehr in die alte Heimat. Der Pole Gawlik setzt die Rückkehr der Deutschen gleich mit Krieg. Wenn Polen in der Zukunft durch einen Expansionskrieg zerrissen sein soll, dann müsste Polen auch antworten, bleibt lieber ihr Deutsche dort, wo ihr jetzt seid. Finde dort eure glückliche Heimat. Schied kein Expansionskrieg, damit nicht Polen zerrissen werden sein sollen. Aber er soll auch nicht, dass Deutschland, was glücklich leben könnte, zusammen so gedrängt werden auf ein kleines Herzogtum Schwabenland. und das ist ein kleines Herzogtum. Und das ist ein kleines Herzogtum. Vielen Dank.